Unser gemeinsames Projekt, die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. In der lebenswerten Gemeinde der Zukunft werden am 14. September über 30 funktionierende Lösungen vorgestellt. Jahrzehntelange praktische Erfahrungen und die Dynamik der jungen Generation sind die Basis für sinnvolles Handeln in der Gegenwart. Wir sammeln diese Pionierleistungen und geben diese weiter. Somit profitieren andere Gemeinden, Unternehmen und Organisationen an einer Vielzahl an nachhaltigen Lösungen und zukunftsweisenden Ideen. Damit es dir gut geht. Seit 2015 finden wir erprobte und funktionierende Einzellösungen, die unsere lebenswerte Gemeinde stetig wachsen lässt. Packen wir es gemeinsam an. Zum ersten Mal präsentieren wir die Gemeinde der Zukunft hautnah am 14. September 2019. Tickets jetzt über Ö-Tickets bei allen Raiffeisen und Volksbanken sowie Sparkassen. Dein Talent wird jetzt gebraucht. Prominente und authentische Wertebotschafter unterstützen uns dabei. Baldur Preimel Barbara Stöckel Sepp Forcher Gudrun Pflüger Erwin Thoma Rupert Mayer Helmut Mödelhammer Gregor Sieböck Karl Siegherz Leitner Erika Pichler Heidi Penterling Elisabeth Fuchs Familie Hauser vom Stangelwirt Akteure und Akteurinnen mit Stand 20. März Der Holzpionier Erwin Thoma Die Künstlerin Elisabeth Fuchs Der Paradeunternehmer Klaus Fronius Die Menschenrechtlerin Beate Winkler Oder der Arzt und Theologe Johannes Huber Beim Fest der Pioniere werden Menschen wie die Hebamme Erika Pichler Der Schuhpionier Heini Staudinger Die Wolfsforscherin Gudrun Pflüger Sowie die Familie Hauser vom Stangelwirt gewürdigt Jeder Teilnehmer ist herausragend und somit prominent Auch du! Untertitelung des ZDF für funk, 2017